Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir gucken uns heute die Top 10 Point Guards an, für die man nicht ins Glücksspiel rein muss. Ich habe mich dazu entschieden, das bei dem Video jetzt erstmal so zu machen, weil ich erstens die Karten nicht supporte. Ich unterstütze dieses Glücksspiel nicht, was 2K uns da angeboten hat und weiterhin anbieten wird wahrscheinlich. Zweitens, ich habe die Karten nicht gespielt. Ich könnte nur urteilen von dem, was ich gesehen habe, was ich auf 2KDB einschätze von Werten, Plaketten und Animationen her. Und von den Karten, die man vorher kennt, zum Beispiel bei Shagelges Alexander, Galaxy Opel, kenne ich den Diamond. Von dieser Basis aus könnte ich beurteilen, wie gut der Galaxy Opel sein könnte. Aber das ist Quatsch. Deswegen, die Karten, die hier genannt werden, bis auf eine, habe ich alle gespielt. Du kannst du allen was sagen. Und das sind die Top 10, für die man nicht gambeln bzw. ins Glücksspiel reingehen muss. Starten wir direkt mit Platz Nummer 10. Von unserer alten Liste sind noch Leute dabei und hier ist Platz 10. Penny Hardaway stand in der Liste von ungefähr vor einem Monat, glaube ich, vielleicht sogar so ein bisschen länger her, noch hinter Eamon Thompson. Deswegen wundert sich der eine oder andere, der gut mitgedacht hat jetzt. Eigentlich müsste Eamon Thompson ja eine 10 sein. Habe ich jetzt aber verworfen. Warum? Penny Hardaway hat den Wurf. Er ist gleich groß. Die Defense ist bei Eamon Thompson ein bisschen besser. Beide können slashen, wie sonst was. Aber Penny Hardaway hat noch den Wurf. Deswegen ist Penny Hardaway an der 10. Penny Hardaway kommt jetzt auch als Galaxy Opel raus. Habt ihr bestimmt gesehen. Wird wieder öfters zu sehen sein. 2,1 Meter, Point Guard. Da kannst du eigentlich nichts gegen sagen. Eamon Thompson auch 2,1 Meter, aber wie gesagt, da fehlt der Wurf. Deswegen Penny Hardaway auf der 10. Will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit dazu verschwenden. Wurde auch schon genug zu gesagt. Auf Platz Nummer 9 ist Drew Holiday. Top Verteidiger, top Release, gute Größe, kann auch danken. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Wurde auch schon in der letzten Liste genannt. War, glaube ich, sogar auf Platz 2. Also hier wirklich immer noch top. Ist wahrscheinlich schon saugünstig, wenn ihr noch einen Point Guard braucht, der euch hinten den Laden dicht hält und vorne auch alles machen kann. Drew Holiday ist der Mann. Auf Platz Nummer 9 ist eine Karte, die ich nicht gespielt habe. Und deswegen nur auf Verdacht in der Top 10. Weil er muss irgendwie in den Top 10 drin sein. Aber er ist wahrscheinlich nicht so gut, wie viele denken. Tyrese Maxey auf Platz Nummer 8. Für die Domination, wenn du die Eastern Conference voll hast, bekommst du diesen Numbers Tyrese Maxey. Er hat Werte und Plaketten technisch. Alles, was du dir wünschst. Die Defensivplaketten sind richtig brutal. Er hat nur das Problem, dass er 1,87 ist. 6'2 ist, glaube ich sogar. Es ist die Größe von Curry oder sogar 1 drunter. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann man eventuell nochmal nachsehen. Aber das ist schon arg klein. Und wenn du daran denkst, dass wir hier bald wahrscheinlich mit Ben Simmons und noch einem besseren Magic Johnson als Point Guard im Gegnerteam umgehen müssen, dann ist das schon problematisch. Guckt mal, dass wir jetzt hier zum Beispiel schon Leute wie Devin Booker, Austin Reeves, James Harden, Penny Hardaway hat eine neue Version bekommen. Es wird kommen. Ben Simmons. Ich weiß, es ist traurig, aber es wird kommen und Tyrese Maxey wird dann wahrscheinlich nicht viel wert sein in der Defense. Offensiv, der Release. Tyrese Maxey ist ein Release, der auf Normal echt nicht gut war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Very Quick jetzt viel nicer ist. Deswegen Tyrese Maxey, obwohl er ein Galaxy Opel ist und for free ist, nur auf der Nummer 8. Auf der Nummer 7 ist er schon richtig. Mitch Richmond. Und das ist eine Karte, die gibt es fürs Collector Level. Das ist leider extrem teuer für das, was man dafür kriegt. Ich habe mich von der Karte einmal in Clutch Time richtig herspielen lassen und habe dann direkt entschieden, die Karte brauche ich auch. Der hat den Jamal Murray Behind the Back Escape, der dir echt eine gute Ausgangsposition für einen Wurf gibt. Und der hat auch einen schnellen Wurf. Das Problem ist, mir gefallen alle anderen Dribbling Moves an dem nicht und sein Körpertyp und seine Defense ist nicht gut, dass man ordentlich verteidigen kann. Die Größe ist in Ordnung, dafür hat mir aber das Dunking nicht so gut gefallen. Er hat nicht so gut zum Korb gefunden. Das ist alles ein Punkt, warum ich sage, okay, das sind alles ähnliche Probleme wie Tyrese Maxey. Sie sieht nur, dass Mitch Richmond ein bisschen größer ist. Nur auf Platz 7. Auf Platz Nummer 6 ist für mich Pink Diamond Steph Curry. Pink Diamond Steph Curry ist mit seinem Curry Escape, mit seinem Release, mit seinem Wurf, mit seinem Ballhandling, dem Passing, eine Topkarte in der Offensive. Kann mit der Karte sogar danken, wenn ich das schon richtig gesehen habe. In der Defensive genau die gleichen Argumente wie Mitch Richmond, Tyrese Maxey. Das ist die Größe, die das Problem ist. Der Körpertyp, der das Problem ist. Aber es ist für eine Steph Curry Karte echt schon nicht schlecht. Es wird immer besser. Wir werden das sehen. Die Plaketten, die Werte, vielleicht sogar Sachen wie Moving, Motion Style und sowas. Das wird alles noch dazu führen, dass es bei Steph Curry besser wird. Dennoch mit Point Guard, wie ich sie gerade genannt habe, wird Steph Curry es immer schwer haben in NBA 2K. My Team, wenn du online spielst. Auf Platz 6 ist der ehemalige Platz 1 der letzten Liste. Und das ist Oscar Robertson. Der Kollege hier hat wirklich seinen Dienst getan in den letzten 4, 5, 6 Wochen. Top Point Guard. Kann werfen, kann danken, kann richtig gut verteidigen, kann den Ball verteilen. Gute Animationen, fand ich. Der hat den aus der Bewegung getroffen. Ist immer noch in den Top 5 für mich, wenn man die Gambling Karten rausnimmt. Eine pure Empfehlung. Der müsste jetzt auch vom Preis gesunken sein, wenn ihr einen ganz guten Amount von MTs habt. Und ihr wollt noch einen Point Guard neben, zum Beispiel einem, der da jetzt noch in der Liste kommt. Dann überlegt euch vielleicht, Oscar Robertson zu holen. Ist wirklich eine warme Empfehlung. Hat halt auch die Größe. Und dieser Körpertyp von ihm, mit der Größe. Er ist genauso groß wie Harden. Er ist genauso groß wie Booker. Er ist genauso groß wie Austin Reeves. Aber der ist irgendwie breiter. Das hilft dir in der Defense enorm. Deswegen immer noch in den Top 5 für mich. Auf Platz Nummer 4 ist eine Karte, die for free ist. Und for free heißt wirklich for free, weil hier kannst du mit Tokens bezahlen. Die Tokens bekommst du in verschiedenen Game-Modi, wenn du bestimmte Levels erreicht hast. Bei Clutch Time Offline, Online, in Unlimited, in Triple Threat Online und Offline. So wie in Koop bekommst du diese Tokens fürs Spielen, fürs Erreichen von bestimmten Sieganzahlen. 40 sind das. Ich würde euch empfehlen, nicht vorher die anderen Spieler zu holen, sondern direkt für Moncrief zu sparen. Der Typ hat die beste Defense, die ein Point Guard aktuell im Game hat. Von den Werten und von den Plaketten her. Kriegt sehr viele Steals. Verteidigt ganz viel weg. Super gut. Was mich stört an dieser Karte ist der Wurf. Der Wurf ist nicht der allerbeste. Nicht auf dem Niveau von den Leuten, die jetzt noch kommen. Und deswegen kann ich ihn nicht besser als 4 in dieser Liste ranken. Auf Platz Nummer 3 habe ich den All-Star Pink Diamond Devin Booker. Achtung, es ist die All-Star Karte. Der andere Pink Diamond mit der 95 aus der Series 2 Collection ist nicht gemeint. Devin Booker, wir hatten es schon beim Diamond. Top Karte in der Offensive. Der Diamond war leider relativ weit hinten, weil er schon etwas älter war und weil die Defensive nicht mehr ausgereicht hat. Aber bei diesem Devin Booker ist die Defensive ausreichend und die Offensive ist immer noch genauso stark mitgewachsen wie bei dem Diamond, das es zu dem Zeitpunkt schon war. Dieser Wurf aus der Bewegung ist anders, Leute. Er ist wirklich anders. Den trifft man wie sonst was. Man sagt in Amerika Training Wheels dazu, also Stützräder. Und es ist wirklich so. Der Wurf von Devin Booker, Sahne. Die Defense auf dem Niveau, wo man es jetzt braucht. Man kann mit Schuh, mit Plaketten noch aushelfen, wenn man möchte. Die Größe zum Danken und zum Verteidigen top. Dribble Animations könnten besser sein. Was bei Devin Booker allerdings der ganz große Trumpf ist, ist der Devin Booker Dribble Style. Und das ist einer der besten, die es in Game gibt. Weil man kriegt mit ihm diesen Push-Cross raus, der einen unglaublich geilen Richtungswechsel hat, der schwer zu verteidigen ist. Guckt euch mal das letzte Video an, wo ich in Klatsch-Time mit meinen ganzen neuen Karten, Franz Wagner, Austin Reeves, Will Chamberlain und sowas spiele. Da sieht man eine Aktion mit Austin Reeves, der den gleichen Dribble Style hat, was man mit diesem Dribble Style alles anrichten kann. Deswegen Devin Booker auf der 3. Auf Platz Nummer 2 habe ich James Harden und hier seht ihr die Karte, die nicht bezahlbar ist, die umsonst ist. Man könnte jetzt noch alles einen Platz zurücksetzen, diesen James Harden auf die 3 setzen und dann den James Harden für den, ich glaube für den Pro Pass. Ich habe den Hall of Hempers geholt, weil für mich lohnt sich das tatsächlich, weil ich ABC kaufe. Wenn ihr den Hall of Hempers oder den Pro Pass habt, dann könnt ihr hier auf jeden Fall euren James Harden einsetzen. Hier ist der Release nur auf Quick, der andere hat den auf Very Quick und das ist natürlich ein Unterschied, aber jetzt nicht so ein harter Unterschied, dass ich diesen James Harden irgendwie hinter Devin Booker oder so setzen würde. James Harden mit Defense, gute Größe, der Release ist super nice, Dribble Moves, wenn man dribbeln kann, sind super gefährlich. Hat jetzt auch den Michael Jordan Dribble Style, wenn ich das richtig gesehen habe, also hier auch eine Verbesserung. James Harden ist wirklich nice. Level 40 ist natürlich, wenn man die Double XP Coins nicht so nutzt und wenn man keinen Hall of Hempers hat, ist ein bisschen was zu tun, aber viele haben den jetzt schon. Ich fand den bei anderen stark, ich selber spiele ihn auch, ist mein Point Guard Nummer 2 und das auf jeden Fall mit sehr großer Zufriedenheit. Die Würfe gehen mit ihm rein, es ist wirklich gut und das ist for free. Jetzt auf Platz 1, Austin Reeves auch for free durch die Rush Challenges zu bekommen. Wir hatten das Problem, dass die Rush Challenges erst einmal viel zu kurz waren, man hatte erst nur eine Woche Zeit, das wäre nicht machbar gewesen. 2K hat es dann am gleichen Tag später, als die Leute sich so beschwert haben, auf zwei Wochen gesetzt. Die zwei Wochen gehen jetzt leider heute rum, das heißt, wenn das Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber dieser Austin Reeves war quasi für jeden zu bekommen und er ist wirklich top. Für for free das Beste, was du kriegen kannst. Release, nice. Kann danken, ja, allerdings sollte man hier boosten mit Werten, mit Schuh und Plakette, weil das ist ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Da habe ich, bevor ich den Schuh drauf gemacht habe und die Plaketten hier und da mal daneben gelegt, das ärgert sehr, vor allem wenn es dann knapp wird. Defense super gut, Dribble-Style, wie gerade schon gesagt, Devin Booker, der Beste, den es aktuell gibt. Es gibt noch den Kyrie Dribble-Style, aber den haben noch nicht so viele Karten. Sidney Moncrief hat den zum Beispiel, aber das rettet die Karte jetzt leider nicht, wie gesagt, da war der Wurf zu schlecht. Und der Wurf ist immer Trumpf. Und Austin Reeves hat den auch aus der Bewegung mit dem Pro-2-Liner, das ist die aktuell so die beliebteste und die beste Animation, die man da haben kann. Ist aber auch schon sehr schnell, treffe ich noch nicht so konsistent, wie ich mir das wünsche. Aber Austin Reeves macht richtig Ärger in der Defense, hält auch den Laden zusammen. For free, Top-Karte, Galaxy Opel, 98er-Wertung, gute Animation, alles da, was man braucht. Meine ganz klare Nummer 1. Austin Reeves, James Harden, Devin Booker, Sidney Moncrief, Oscar Robertson, Steph Curry, Mitch Richmond, Terrence Maxey, Drew Holiday und Penny Hardaway sind die Top-10-Point-Guards, für die man nicht gambeln muss. Herzlichen Dank fürs Zusehen, für den Support. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, abonniere, wenn du neu auf dem Kanal bist und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin erstmal raus. Bye-bye.